Jaa. Ja warum? Gibt's ein Problem oder wie? Nee, also man sieht es sehr gut an meinem Namen. Jaa. Ich mach grad ein Video. Ein paar hundert? Ich will, du machst grad ein Video. Jaa. Nein, nein, nein. Jaa, they are kill, chill bro, they are kill. Ey, soll ich jetzt Werbung für mein TikTok machen oder so? Ich hab drei Abonnieren, wenn du willst. Ja, okay. Drei ist drei, Junge. Was willst du machen? Ich hab drei. Wie alt bist du, Junge? Sag doch. Keine Ahnung. Jaa. Sind wir jetzt in einem Youtube Video, Junge? Nein, wir sind hier nicht, Digga. Ah, okay, gut. Ihr seid nicht. Wäre besser oder? Was? Nix, nix. Was? Wäre besser oder irgendwas, keine Ahnung. Jaa. Jaa. Dann wird das in einem Win? Bist du gut? Nee. Scheiße, Mann. Schade. Ja. Scheiße. Wir auch nicht. Wie alt bist du? Keine Ahnung. Ich will wissen, wer alt der ist. Kannst du rausfinden, aber egal. Jaa, schreib mal einen Namen auf Youtube oder so und dann siehst du. So. Warte mal, Jungs. Das wird schon noch. Bro, wie Bakar noch filmen, bitte. Du weißt, dass ich ein bisschen auch... Ich kann ein bisschen auch türkisch als Service. Jaa. Bisschen türkisch? Bisschen. Kann ich. Melissa. Oh, ich wusste es. Melissa ist auch dabei. He. He. Er steht auf. Er steht auf. Du weißt, dass du bist. Das war's. Das war's. Das war's. Nein, ich mach... Nein, ich mach gerade mein Licht an, weil da kann man mich besser in der Cam sehen und äh, da unten. Brut. Brut. Was ich gerade im Video mache. Was, was? Was, 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 was? Hast du jetzt was gegen Namen mit Salat? Pauli. Und was? Ja, komm, ich stirb jetzt schon. Sein Eiszeit ist so chill. Ist so. Miegel. Hä, jo. Ey, ey, ey. Ey, Leute, bei mir ist jemand. Miegel. Er heißt genau wie Miegel. 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 Und Miegel, wie alt bist du? Oh mein Gott. Ey, Oma. Hey, Oma. 2 Stück. Bist du ehrlich, 15? Ja. Nein, Digga, mir ist das Schatz. Ich bitte dich, ja. Ich bin 15. 18. Mein Mutter, 18. Nein. Wie ist der Kiel? Ich versuch dir zu sagen. Ich bin 15. An me! Oh, hell nah! Ich bin 15. 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 Wo ist der Typ? Er macht so. Minister, was für ein Goofy Stimbo? Hey, der ist bei mir. Goofy. Oh mein Gott, ich geh bei. What is this? Das geh ich mir nicht bei. Boah, Hilfe. Nee, 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 nee. Okay, nein. Wir sind einfach aus Spaß gestorben. Kein Problem. Wir brauchen keinen Hilfe. Wir brauchen keinen Hilfe. Wir brauchen keinen Hilfe. Wir brauchen keinen Hilfe. Was machst du für Geräusche, Junge? Keine Ahnung. Ihr könnt gerne liefen, wenn ihr wollt. Ich bin sowieso tot. Nee, du bist tot, wie man das ist. Du lebst raus. Warum liegst du? Ich bin tot. 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 Schade, schade. Schade. Scheiße Razor, Mann. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Jungs, was seht ihr? Das ist die beste Runde meines Lebens. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie ist das eine коgelle Gläte zu machen? Ich bin tot.